Hallo, das Dorsalchen hier. Willkommen zurück zu Let's Play Lego Harry Potter Jahre 1 bis 4. Wir werden die Geschichte jetzt einfach einmal fortsetzen. Ja. Puh, wir haben schon fast die Hälfte aller Sachen gesammelt im Spiel. Das ist eine Menge. Ja, mal gucken. Hi. Ja, ich mag dich nicht. Wo soll ich denn hin? Ja, hi, 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 hi. Wo soll ich denn hin? Hi. Äh, nee, dich mag ich nicht. Hm, hm. Wo soll ich denn hin? Ähm, Moment. Wo ist der Geist? Nein, da ist kein Geist. Nein, dort oben ist da oben. Doch, da oben ist ein Geist. Beziehungsweise ein Geisterfeil. Hallo, na? Wo muss ich denn hin? Wo habe ich denn aufgehört? Ich frage mich mal besser, das ist da. Wo habe ich aufgehört? Ach, da bist du. Ich dachte gerade schon, hä, wo? Kannst du doch nicht einfach... Moment. Glück. Acht von neun. Ach Gott, die habe ich auch noch nicht alle. Oh Gott. Ja, ganz klasse. Ich werde noch so viel zu tun haben, wenn wir die Jahre durch haben. Hi übrigens. Also wenn ihr, Lui, Jungs, ein Let's Play machen müsstet, ganz ehrlich, nein, das würde ich mir nicht angucken, denn euer Kommentarstil besteht nur aus und das wäre echt nicht sonderlich produktiv. Und ja, ihr wisst, was ich meine. So, wir müssen zur zweiten Aufgabe, nehme ich an. Zumindest jetzt, das ist, würden wir zum See gehen. Und der See bedeutet wahrscheinlich zweite Aufgabe. Ja, dann... Hi. Na? Oh Gott. Das ist der See. Hi, wie geht's dir? Oh, Lampe angemacht. Geld eingesammelt. Was ist mit dir? Ach, das kann ich nur kaputt machen. Um dich dann anzumachen. Das ist schön. Wir sammeln fleißig Geld ein. Denn Geld kann man ja nicht genug haben in diesem Spiel, wie ihr mittlerweile wisst. Wir müssen ja so viel kaufen. Also alles, was wir finden, das müssen wir noch kaufen. Hier die roten Steine müssen wir dann noch bezahlen. Und... Ja. Was müssen wir noch bezahlen? Die kleinen Silhouetten, damit wir die kleinen Spielerchen auswählen können. Also diese... Moment. Die sind gar nicht unten angezeigt. Verdammt. Ah doch, die sind oben über dem Geld hier. Diese runden Dinger mit dem Kreis. Mit dem schwarzen da. Was ist los? Was sollst du denn nicht rumtouren? Und das macht man nicht. Da... Da fällst du noch runter und... Und guckt euch das an, wie schön das gestaltet ist. Das ist... Das ist so wunderschön. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Wir machen die ganzen... Bringt das überhaupt was, wenn wir die ganzen Lichter anmachen? Wahrscheinlich liegt uns wieder eins von sonst was. Oh, da unten ist Geld. Geld. Ich meine, ich achte gerade nicht so auf mein Geld, aber... Da unten ist Geld. Hier sind einige Sachen zum Kaputtmachen. Was ist das? Da kann ich nicht lang. Okay. Oh, das schwimmt ein Ficht. Wie niedlich. Ich dachte gerade, Hermine wäre eine Schwasserleiche. Sorry. Sieht gerade ein bisschen so aus. Na komm, Harry. Dreh das mal. Aber dafür musst du aus dem Wasser raus. Was ist das da eigentlich? Ach, eine Angel. Nein, wie geil. Hallo. Na? Jetzt bauen wir einen Frucht zusammen. Sehr schön. Komm mal her. Zwei sogar. Tschüss. Viel Spaß. Da ist was im Wasser. Genau. Da war was im Wasser, sag ich doch. Was kann ich jetzt damit machen? Hm, Moment. Was kann ich denn jetzt damit machen? Anmachen. Das ist... Ah, irgendwas habe ich falsch gemacht. Moment. Ich muss hier durch. Dann gehen die an. Dann muss ich hier hindurch. Dann gehen die an. Die nächsten. Noch mehr. Die da hinten. Und die hier. Das ist ein kleines Parcours schwimmen mit. Oh. Das ist ja niedlich. Oh, für einen goldenen Stein. Wie geil. Oh, das war ja schön. Jetzt können wir ruhig auf dem Machen spielen. Solche kleinen niedlichen Sachen einbauen. Macht ihr bestimmt und ich übersehe sie immer nur alle. Aber irgendwann muss ich sie alle finden, wenn ich das hier wirklich zu 100% machen möchte. Was ist los? Hast du Angst? Wie helfe ich dir denn? Ich weiß nicht, wie ich dir helfen kann, Kleiner. Wenn du so eine Angst hast. So, das noch an. Warum habe ich die denn nicht angemacht? Huch. Ups. Geld. Ich will jetzt hier aber auch nicht wirklich alles kaputt machen, draus holen. Da würde ich mich hier wieder stundenlang mit aufhalten. Das kann ich doch nicht verantworten, wenn ich euch stundenlang aufhalte. Also wirklich. Wo gehen wir denn da hin? Was sind das für Kisten eigentlich? Keine Ahnung. Machen wir sie einfach mal kaputt. Und helfen dem Schüler damit wahrscheinlich. Weil wir eben etwas bauen. Richtig? Ja. Schüler in Gefahr gerettet. Sehr gut. Sehr gut. Da vorne ist ein... Ein was? Ron. Was ist denn da? Ron Smoking freigeschaltet. Interessant. Interessant. Ups. Könnten wir bitte... Ja, ich weiß mit, Al. Du möchtest, dass ich mit dir komme. Aber irgendwie habe ich das Bedürfnis, hier noch ein bisschen zu randalieren. Und dabei ins Wasser zu fallen. Nein, ist okay. Ich komme mit. Menschen auf dem Weg. Schupptidu. So. Ladebildschirm. Oh. Da stehen sie alle. Hi. Na. Hi. Na. Hi. Na. Äh. Äh, genau. Hier, ist das. Neville, was ist das? Neville, was ist das? Neville, was ist das? Klopft, passt um. Und der Riff fällt ins Wasser. Der, was? Der schwarze See. Oh Gott, ein Schwimmle... Nein. Das ist ekelhaft. Ein Schwimmlevel. I, nein. Fui. I, bleib, bleib mir weg. Ich mag keine Schwimmlevel. Ich werde sie, glaube ich, nie mögen. Was bist du denn? Vielleicht soll ich dich nicht angreifen. Du hast mir ja auch nichts getan. Cedric, was ist eigentlich mit dir? Ich kann wechseln zu Cedric. Ja. Warum ich jetzt auch immer lol schreien wollte, aber ja. Ich kann. Okay. Moment, da würde ich gerne mal gucken, kann Cedric irgendwas, was wir nicht können? Nein. Warum soll ich dann zu Cedric wechseln? Okay, Moment. Das Level, es verwirrt mich etwas. Aua, aua, aua. Etwas sehr. Es gibt... Es ist so unübersichtlich für mich. Ach, komm. Lass los. Es ist so richtig unübersichtlich. Für mich persönlich. Also, ich würde jetzt doch nochmal gerne zurück... Oh, wie schön. Zurückschwimmen. Ja, ich sag doch. Ich hab bestimmt was übersehen. Eins von neun. Seht ihr? Okay, einfach mal den ganzen Bildschirm absuchen, ob ich hier irgendwas tun kann. Die Dinger hatten wir ja schon. Nee, dann haben wir hier jetzt, glaube ich, alles. Oder? Das da hinten können wir gar nicht. Noch höher geht nicht. Ah, Moment, da ist was. Zwei von... Oh Gott, muss man hier aufpassen, dass man alles findet? Das ist ja gemein. Das ist... Hier ist alles so super versteckt. Das ist echt nicht gut. Immerhin sammelt der automatisch ein. Das ist... Das Praktischste daran gerade. Moment. Was ist hier noch? Hier oben vielleicht? Ja, Geld. Aber das war's dann auch schon. Anscheinend hier oben. Nein, ich wollte da noch nicht durch. Egal. Jetzt bin ich da durch. Jetzt kann ich's auch nicht mehr ändern. Sorry, Cedric. Ich warte. Was ist hier? Geld. Mehr Geld? Was, was bist du denn? Was macht ihr da? Komische Dinger. Geld. Das da hinten. Nein, da komm ich nicht dran. Wenn man hochschwimmt, zum gucken, ob da nichts ist. Das ist... Oh Gott, dieses Level. Ich mag es jetzt schon nicht. Ich bitte. 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 Ich wünsche mir seligst, dass ich auf Anhieb den wahren Zauberer kriege. Weil ich möchte hier nicht nochmal Sturz sammeln gehen. Garantierlich. Und dann teilen Sie mich ständig. So, du gehst weg, meine Liebe. Ach, Gottchen. Man sieht hier ja auch nichts. Also man sieht nicht... Ich sehe hier... Zum Beispiel hier. Hab ich nicht gesehen. Man sieht hier nicht richtig, ob hier was ist oder ob hier nichts ist. Und guck mal, wie viel Stutz ich brauche. Das sieht doch... Nicht schön aus. Oh cool, danke. Harry, Sehaufgabe. Ja, danke. Sehr zuvorkommend. Kann ich mit dem Rad da was anfangen? Nein, ich kann hier oben die Stutz ansammeln. Okay, aber wir müssen wahrscheinlich doch in die andere Richtung. Die Muschel habt ihr jetzt aber nicht nochmal gesehen, ne? Oder so. Ihr wisst, was ich meine. Was seid ihr denn? Ihr seht aus wie... Was? Tschüss. Was zur Hölle habe ich jetzt getan? Was zur Hölle habe ich getan? Ach, Gottchen. Ich kann hier fünfmal entlang schwimmen und ich werde immer wieder was Neues finden. Das ist doch... Zum Haare raufen. Geh weg. Geh weg. Nein, weg, 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 weg. Nein. Ich sagte, geh weg. Danke. Unter Wasser Level. Der Feind eines jeden Spielers. Generell, Wasser Level. Der Feind eines jeden Gamers. Immer wieder. Egal, welchem Spiel anscheinend. Aber dafür, dass du unter Wasser Levels, ist die Steuerung hier noch relativ gut und angenehm, ne? Hallo Muschel übrigens. Hallo Muschel übrigens. Ja. Also noch, glaube ich, habe ich nichts Wichtiges verpasst. Moment. 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 Weib. Ach nein, so kann ich nicht ausweichen. Danke, Cedric. Aber warum folgt er mir? Wahrscheinlich einfach nur, um mich aus diesen Situationen retten zu können. Also rein theoretisch wird es kein... Oh, ein Fisch. Wie niedlich. Ach, Göttchen, nächstes Level. Ich weiß nicht, ob ich es hassen oder mögen soll. Oder lieben, wenn schon. Also, ich weiß es nicht. Es ist einfach nur geil irgendwo. Da hinten, da kann ich doch was machen. Harry. Nein, nicht Cedric. Das Boot, Harry. Wie kommst du denn zu dem Boot? Du möchtest dich zu dem Boot. Verstehe. Finde ich aber uncool. Ich hätte gern, dass du zu dem Boot kommst. Was hab ich denn jetzt da hinten kaputt gemacht? Hm. Vielleicht kommen wir da ja noch hin. Jetzt müssen wir hier tiefer runter. Ich kenn ich ja mittlerweile. Aber dem tiefer runter vertraue ich wie immer nicht. Okay, wir können nicht höher. So, Moment. Umgucken. Genau hier. Das kann man kaputt machen. Hallo Blümchen. Ich hab dich zwar lieb, aber nicht so lieb, dass ich dich behalten möchte und dich in einen Topf stellen möchte. Oh Gottchen. Wie tief geht denn diese Blume runter? Kann ich die hier auch kaputt machen? Nein, die ist soweit im Vordergrund. Hier kann ich leider nichts mehr machen. Aber hier wieder. Naja, das Geld ist... Wir brauchen zwar eine Menge, aber wir finden ja auch relativ viel, würde ich sagen. Feldnismäßig gesehen. Gut. Gut, manchmal gibt's halt wenig Geld und manchmal gibt's halt viel Geld auf einmal. Nicht wahr? So. Damit wär das hier auch. Oh, da hinten kann ich was kaputt machen. Sehr schön. Und weiter. Und nochmal. Seht ihr? Das gibt wieder fettnismäßig angenehm Geld. So ein ganzes Ding. Man muss es als Ganzes sehen. Ist hier irgendwas? Nein. Aber ich kann hier hinüber. Bringt mir das was? Dass ich jetzt hier rüber geschwommen bin. Ich weiß es noch nicht. Ich weiß es wirklich noch nicht. So, du bist kaputt. Das ist eine Muschel. Was ist das? Okay, darum kümmere ich mich gleich. Ich glaube, ich gehe doch erstmal wieder zurück und möchte die Seite wechseln. Was scheint denn da so? Verdächtig. So. Jetzt die Muschel mitnehmen. Muschel. Was haben wir schon? Da ist ein lila... Ach, ich hab ihn gekriegt. Der gestohrt. So, jetzt sind wir hier. Jetzt können wir aber das Boot nehmen, oder? Ja. Hi. Und hi. Möchtest du fahren? Ja, möchtest du. Ich sehe schon. Ich glaube, da ist mal jemand auf dem Grund dieses Sees versputt. Oh, es war ein Spiel in Gefahr. Interessant. Interessant! Meine Damen und Herren, hier haben wir noch mehr Geld. So, ich gucke gerade mal auf die Geldzahl. Ich schätze mal, wir brauchen so 70.000. Ja, das ist gut geschätzt. 70.000 müssen es oder werden das wohl sein. Nein, ich möchte nicht zurück. Noch nicht. Ich würde gerne noch vorher hier ein paar Sachen zertrümmert, damit wir diesen 70.000 einfach ein Stückchen näher kommen. Ich glaube nicht, dass wir nochmal Glück haben, so ein... Dings zu kriegen. Einen lilanen Stutt. Das war's schon. Mehr machst du nicht. Ist ja langweilig. Oh, du machst das mehrmals. Wie oft? Ach nee, hier bestehen wir da hinten. Okay, Moment. Moment. Aber du gibst mir immer wieder Geld. Wie oft machst du das, Fisch? Immer wieder? Dann kann ich hier rein theoretisch Geld farmen. Rein theoretisch. Nein, jetzt hat's aufgehört. Okay. Schwupps, da ist nichts. Okay, dann zertrümmern wir doch mal, dass der hier... ...wie Harry einfach mal alles anschießt, bis er mir in den Weg kommt. Die armen Alltagsgegenstände, du. Harry, du kannst doch nicht einfach alles zerstören, was dir in den Weg kommt. Das macht man doch einfach nicht. Du böser, böser Junge, du. Okay. Okay. Okay, das war's, ne? Ja. Moment. Zusammen wegmachen. Oh. Da fällt es auseinander. Und wir können weiter. Gut, aber die Frage ist jetzt, auf welche Seite ist richtig und auf welcher ist falsch. Hm. Das ist hier die richtige Frage. Ich weiß es noch nicht. Ich werde eh gleich wahrscheinlich wieder die Seite wechseln. Aber erst mal... ...bitte ich gerne die Muschel dorthin. Und... ...nein, würde noch nicht da... Okay, doch. Ich kann die nicht verpacken. Ah, geh weg. Und Cedric, ich bin aufgeregt für dich. Na, komm. Harry, bitte zerstöre diese Blume. Denn diese Blume, sie stört mein Weltbild hier unten. Oh ja, sehr sogar. Ich weiß nicht wieso, aber sie tut es. Dies hat diese Blume zu akzeptieren, dass sie das nicht tun darf. Und deswegen muss sie jetzt drauf gehen und so. Höher kann ich nicht, okay? Ich bin einmal das kaputt. Also an Geld mangelt es uns hier unten ja anscheinend erst mal nicht, ne? Gibt ja genug Möglichkeiten, wie ich hier Geld kriege. Oh, du umhählst da bitte weg. Weg. Du. Und du kommst da raus. Jetzt. Einmal. Zweimal. Danke. Meine lieben Herren. Hier oben ist nichts mehr. Ach ja, da sind die zwei Dinger jetzt da oben. Und schwupps, schwupps, schwupps. Einmal alles öffnen. Bringt nur einmal was. Okay. Was ist das hier? Außer eine Muschel, eine Busch. Ja, genau. Hier. Harry, genau das. Genau das sollst du nehmen. Und hier dran. Moment. Ach, noch höher. Moment. Ach, okay. Verstehe. Ja, die andere Seite möchte auch noch befüllt werden. Kannst du gleich machen, Harry. Da tue ich nichts dagegen. Aber erst zerschmetterst du diese Blume. Ja, diese Blume hat hier nichts zu suchen in diesem Level. Hab ich grad beschlossen. Oh. Perfekt. Harry, du hast echt Zerstörungsgut in dir. Kann das sein? Ich muss echt alles zerstören, was in die Quere kommt. Das glaube ich grad zumindest so ein bisschen. Moment. Da geht nichts mehr. Kann ich das da kaputt machen? Ja, kann ich sogar. Obwohl das so schlecht zu sehen ist gerade. Wenn ich irgendwie immer weiter wegrutsche. So, jetzt aber. Hier dran. Ein Fisch. Okay. Ach, und der macht mir den Weg frei. Ich kann da also gar nicht durch? Oder was? Wie muss ich das verstehen? Hallo. Hallo. Ich würde gerne nochmal zurück. Dankeschön. Wollte schon sagen, komme ich jetzt nicht mehr zurück? Oder was ist denn los? Okay, das war's. Nein, da kann... Oh, kann ich mit dem Fisch nochmal was anfangen? Hallo? Nein, kann ich nicht. Weiter. Weiter, Harry! Hoch. Da oben ist nichts, dann geh runter. Da unten ist nichts, dann... Weiß ich nicht so genau. Was ist jetzt passiert? Ich kann nicht mehr zurück. Ja, super. Jetzt hab ich eine Muschel übersehen irgendwo. Ja, ganz klasse gemacht. Ganz toll. Gitarrist? Interessant. Ich hab einen Gitarristen freigeschaltet. Sehr interessant. Naja, weißt du, jetzt kriegen wir das Geld zusammen, wenn wir Glück haben. Mein Handy hat mir grad irgendwas versucht mitzuteilen. Ich weiß nur nicht was. Das hat mich grad etwas irritiert. Das tut mir leid. So, Moment. Die kann ich nicht aufmachen. Das kann ich aber zuerst hören. Das kann ich zerstören. Gut, das hängt mit den Steinen zusammen. Die Kiste, okay. Gut. Okay, ich glaube, 75.000 kommt wirklich ziemlich gut hin. Wohl, 70.000 könnte es auch sein, so wie ich das grad sehe. Na, bleiben wir bei 75.000, dann machen wir uns keine unnützen Hoffnungen. Wenn's dann doch nicht so ist. Also wenn's nicht 70.000 ist, meine ich, dann... Ihr wisst, was ich meine. Da bin ich mir ziemlich sicher. Harry, zerstör einfach mal, was dir alles ins Blickfeld kommt. Ja, und das so ein bisschen... Cedric, kannst du Harry mal retten gehen? Äh, da. Sehr gut. Jetzt darfst du wieder unten lang schwimmen. Harry oben lang. Cedric unten lang. Cedric, das ist nicht unten lang. Moment, ich muss erst gucken. Hier ist noch was zu kaputt machen. Da komm ich nicht weiter. So, Cedric. Zerstöre mal ein bisschen die... ...wunderschöne Seelandschaft. Und dann... ...baust du die nach oben. Um weiter zu können. Okay. Okay. Was kannst du noch machen? Okay, da ist ne Krabbe. Was mach ich denn mit der Krabbe? Ah. Geh weg. Geh weg. Moment, die Krabbe kann ich... ...nehmen und woanders hinsetzen. Och Gott, schön arme Krabbe. Och nein! Oh Mann, oh. Cedric, das war gemein. Das macht man nicht. Ja, Krabbe. Würde ich auch kacke finden, wenn ich du wäre. So. Hier noch ein paar Sachen zerstören. Da noch ein paar Sachen zerstören. Geld regiert die Lego-Welt. Bam. 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 Hi, Krumm. Was hab ich dir mit deinem Auge gepikst? Bleh. Cedric, schnell. Mach. Mach Geld. Mach Geld. Bevor du verschüttet wirst. Was ist denn da? Ja, das ist schön kracke. Ich sehe dich. Äh. Schön, dass du da tust. Sieht sehr interessant aus. Cedric hat mir gefohlen, jetzt mal Geld zu machen. Da ist es mir relativ egal, was du da tust. So. Geht das vielleicht so? Ja? Gut. Und hier auch. Okay, Harry, du gehst nochmal zurück. Hier habe ich noch nicht alles angeguckt. Doch habe ich. Dann du bitte auch einmal den Lumos. Du schwimmst bitte hoch. Da ist nichts. Okay. Was? Warte, Moment. Da ist was. Moment. Harry, nimm das. Was ist das denn? Wo möchte ich das? Ach, so da unten hinsetzen. Eine Muschel. Äh, eine Perle, damit die Muschel weggeht. Okay. Das Level ist ja wirklich eigentlich ganz schön, muss ich ehrlich zugeben. So habe ich ein bisschen die Zeit aus den Augen verloren, muss ich auch ehrlich zugeben. Oh, beziehungsweise ich habe falsch gerechnet. Ist egal, dann wird die Folge halt länger. Ich möchte das jetzt noch zu Ende spielen. Ich finde das gerade so. Oh nein, uns fehlt was. Oh nein. Nicht ernsthaft, wie ein paar Stutz? Komm schon, das ist nicht fair. Komm holt sich, Hermine. Oh, da geht es noch weiter. Okay. Kann ich nicht hinunter. Aber hier kann ich mir die restlichen Stutz holen. Gott sei Dank. So, jetzt hoffe ich das. Ah, nein, 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 nein. Du lässt Harry in Ruhe. Was, was will ich denn damit? Moment. Und du lässt Cedric in Ruhe. Lass ihn in Ruhe. Lass Harry in Ruhe. Lass uns einfach in Ruhe. Okay? Wir haben euch nichts getan. Cedric, hol mal. Äh, ich weiß nicht, was ist hier raus? Ein Anker. Schwups. Was uns das jetzt auch immer gebracht hat. Äh, ja. Interessant. Moment, wir... Ah, cool, hi. Also haben wir davon, von denen zumindest nicht alle verpasst. Ups, Moment. Ups. Und jetzt kann ich hier... Was rausholen? Noch ein Anker. Und dann kommt wahrscheinlich wieder so ein Plüppel und... Ja, und dann kann ich mir den letzten von denen krallen. Das ist doch auch schon mal was. Wir haben ja wesentlich ganz versagt. Na komm. Du auch. 6 von 6. Das ist doch schön. Äh. Cedric, würdest du bitte da durchschwimmen? Danke. Okay. Was machen wir jetzt? Außer diese Meerjungfrau. Äh. Harry, auch da durch. Harry, Cedric braucht deine Hilfe. Cedric, schnell. Du musst ihn retten. Vor den bösen Meerjungfrauen. Cedric, Harry braucht deine Hilfe. Du musst ihn retten vor den bösen Meerjungfrauen. So, ein Bällchen. Hier, auf die Waage, bitte. Auf die Waage. Damit hätte ich jetzt was... Ich habe den wahren Zauberer. Aber damit hätte ich jetzt was befreit. Äh. Das irritiert mich gerade ein wenig. Moment, was muss ich hier? Da ist eine Kiste. Krummhai, okay. Das habe ich losgemacht. Ach, die kann ich losmachen jetzt. Okay. Dann hätte ich jetzt wohl alle losgemacht und das Level ist beendet, oder? Ja. Scheint so. Ich habe den Muschel übersehen. Das ist frustrierend. Egal. Juhu. Ihr habt es geschafft. Toll gemacht. Oh, ein Hai. Ron, das ist nur krumm. Ja. Gut. Damit hätten sie es wohl geschafft. Oh. Flur bedankt sich bei den beiden. Warum auch immer. Weil Ron, der hat mich nichts getan. Zumindest nicht hier. Im Film und im Buch schon. Harry, Seeaufgabe. Gitarrist und Krummhai und ein Hauswappen und wahrer Zauberer Stutz und Schüler in Gefahr. Das heißt, ich kriege drei Goldene Steine, richtig? Ja. Drei. Sehr schön. Dankeschön. So, zum Tropfeln in Kessel. Leute, wir sehen uns dann das nächste Mal. Wir haben wirklich ein bisschen doll überzogen. Bis dahin. Ciao. 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 Das war's für heute.